good morning in the morning und wir hören die musik ich muss sie diesmal wahrscheinlich in schleife schneiden beim letzten mal gab es gar keine musik da habe ich irgendeine komische musik in den hintergrund gepackt habt ihr wahrscheinlich gemerkt aber jetzt läuft musik und ich hoffe ich kann die rausschneiden nein kann ich nicht weil die ganzen geräusche sind ja dabei ich muss das irgendwann mal so einzeln aufnehmen ohne geräusche einfach laufen lassen das dort das ist doof so wir gucken mal bin ich vor kurzem level ab nein ich hatte nämlich ein level ab ups bauen nein wir wollen nicht bauen ich habe ein paar neue sachen wir werden heute richtig viel sachen die ich gebaut habe hier aufleveln erstmal holen wir ganz viel geld ab denn geld das wissen wir das ist gut und wir werden heute das clubhaus oder wie es kommt das war die musik fertig gibt keine musik mehr so wie lang war die jetzt an eine minute das ist schlecht das ist schlecht also opiers ich hab da schon ein paar sachen zu meckern auf jeden fall mit der musik das ist wirklich ja ein einzigen chat wenn es auch richtig stören findet so dass die musik nicht da ist manche machen die musik komplett aus die finden musik doof aber ich mag die musik hier eigentlich ich werde heute keine musik in den darunter packen irgendeine oder so eine zirkus musik dann so diese geräusche von denen so ich habe hier drei stück zum letzten mal hier sogar im let's play ja ist ja gut leute sogar hier gemacht also das ist nichts neues aber ich habe da hinten dahinten kommen gleich neue sachen passt mal auf ich habe jede menge jede menge habe ich gemacht ja hier mein spielplatz da ist nie ein kind drauf ich weiß nicht der ist irgendwie kinder unfreundlich der spielplatz ich habe halt gedacht die gehen da drauf und spielen und so sieht man nie sieht man einfach nicht gibt es nicht das aus so hier geld einsammeln also ihr seht mittlerweile habe ich ganz schön viele sachen wo ich geld einkassieren kann und da oben seht ihr schon etwas was ich neu gemacht habe hier level ich jetzt erstmal auf neun stunden okay dauert mittlerweile richtig lang ja kommen die eule bespaßen ganz schnell wir müssen mal auf schnell auch hier die die sachen eben machen komisches geräusch die eule okay ja wir haben hier geschäfte noch mal wo wir auch geld verdienen und wie ich eben schon gesagt habe geld ist gut so einmal zweimal dreimal und jetzt wollen die natürlich direkt auf oh ja oh ja 20 diamanten hier geld können wir auf jeden fall ausgeben wir verdienen ja geld wenn wir geld ausgeben investieren also machen wir das so die bären hier müsste ich eigentlich mal einen futterdruck habe ich da keinen darf ich da keinen bauen oder warum haben die keinen das weiß ich nicht so genau so hier sind auch zwei geschäfte achtung katsching das ist eine eisbude 4000 direkt raus damit was ist das denn hier großes das ist auch eine eisbude gibt es da eis und da eis sind ja konkurrenten das geht eigentlich nicht direkt nebeneinander so konkurrenz hätte ich ein bisschen anders hinstellen sollen so übrigens werde ich in der freundschaftsliste heute wieder platz machen das mache ich ab jetzt in jedem let's play mache ich einen platz das hört sich nicht viel an aber man hat ja auch nur sehr wenig so den müll einsammeln direkt vor direkt vor meinem ihr dings haus das werden wir jetzt achtung ein bisschen raketen im haus so und jetzt hier drauf klicken klubhaus ne ne ich will keinem klubhaus beitreten ich will ein klubhaus machen klub gründen zehn diamanten okay dein klub name ja was nehmen wir wohl kamikaze enden so würde ich doch sagen gründen einen klub gibt ein habe gemacht klub erstellen ja wir geben zehn diamanten dafür aus und kriegen drei diamanten direkt wieder ich finde das so lustig dass wir immer so sachen wieder kriegen ja freue ich jetzt kommt wieder hier ganz lange themen kriegen nochmal jetzt kriegen wir für klub wettbewerbe gespendet doch kriege ich jetzt ne ne weiß ich nicht okay club verlauf ansehen ah ja club gegründet also hier gibt es einen verlauf okay ähm spenden verlauf ansehen ja wer kann wie wo was spenden das sieht ja lustig aus hier ne ähm drei personen können moment da momentan da rein hier ist ein chat gut da ist ja jetzt keiner da äh dann mach ich jetzt mal hier den opi okay alles klar ähm was ach hier sind das sind v wettbewerb ähm keine ahnung was muss ich tun wettbewerb so viele tiere wie möglich ab muss man tiere abgeben what da muss man tiere abgeben okay da muss ich mich erstmal schlau machen äh aktuell gibt es keine laufenden wettbewerbe schaue später wieder vorbei okidoki neue äh 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 aktion starten ein mit ein mitgliedsplatz what hunderttausend münzen ein mitgliedsplatz wow 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 ähm das ist viel das ist viel das ist viel ich muss eh gucken es wird so schwer einen von euch da rein zu lassen ähm ja weil also ich lasse hier wirklich nur top Leute rein die so krass aktiv sind hundertmal aktiver als ich also das anders geht es nicht anders geht es nicht hier wirklich Leute die hier ne ja so jetzt gucken wir aber erstmal weiter ich bin gespannt wer da reinkommt also ich habe schon welche die wollen auf jeden fall also ich glaube die ersten vier fünf Plätze hätte ich eigentlich schon voll von Leuten die sich gemeldet haben es wird echt schwer passen ja jetzt nur zwei Leute rein so ist mir meine Zucht geglückt äh schade schade Schokolade Zucht hat nicht geklappt jo bis jetzt habe ich auch nur ein Pferdebaby ähm geschafft ja mit den Schweinen hatte ich jetzt kein Glück Schweinerei so hier auch zwei neue Geschäfte kann man auch direkt aufleveln aufleveln direkt damit man mehr Geld kriegt das ist ja logisch hier guckt mal ich habe ganz viele Pflanzen dahin gemacht das gibt Punkte das gibt Punkte habe ich euch ja gesagt macht das ne pflanzt pflanzen ihr kriegt gut Punkte kann man gut gebrauchen die XP so kann man auch ein bisschen schneller leveln zack 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 crazy duck mit dem Müll das stört mich dem Müll das stört mich ich meine es gibt auch XP aber ey der Müll stört mich so ich weiß da gibt es diesen diesen Müllmann den man engagieren muss glaube ich ne ja den ich nicht habe ich weiß auch nicht so genau jetzt wollen wir gucken was wir kriegen ich habe letztens irgendwo 500 Tickets gekriegt 500 glaube ich also kein Witz ja es dreht und dreht oh nein das hatte ich schon mal äh ne 2 in die Kommentare wer genau diesen Fehler schon mal hatte nervig ganz ganz nervig so da sind wir wieder zurück kriegen wir natürlich wieder Werbung also wer diesen Fehler hat muss das Spiel verlassen neu reingehen und ich bin mal gespannt ja ob wir jetzt das Drehen dadurch verloren haben oder ob wir nur nicht gesehen haben was wir bekommen haben ja wir können nicht drehen also ich weiß nicht ob man es bekommen hat wo man sieht es halt nur nicht oder ob wir es nicht bekommen haben also das ist ein Bug den habe ich tatsächlich jetzt schon öfter gehabt was 6000 aber teuer da das zu leveln ja dort Geld haben wir jetzt natürlich nicht ne ich glaube dann sind wir für heute durch ich meine ist auch schon wieder eine ganze Menge was ich hier neu habe als nächstes werde ich wahrscheinlich den Schweinestall hier größer machen ich versuche hier auch ein Schwein zu züchten dann sollen hier auch nochmal drei Schweine rein ne ähm Schafgehege kann man auf jeden Fall größer machen äh ja das Kängurugehege haben wir irgendwas noch hier drin was wir benutzen können ich glaube nicht ne ich glaube nicht ne ähm könnten hier diese Blumen die bringen halt auch Punkte ne ich stelle die wirklich nur hin weil es Punkte gibt so jetzt daneben einfach einfach äh dahin stellen weil es Punkte gibt nur aus diesem einen Grund so haben wir noch irgendwas ne das mache ich nicht wir gucken mal nach Puzzeln ob ich irgendwas vollzählig ständig habe ähm hier unten fünf von sechs wir haben 1100 Tickets wollte ich nur mal so erwähnt haben so ganz nebenbei ne wollte ich nur mal erwähnt haben so ähm gucken mal vier vier von sechs ein Grillplatz wie geil ist denn der soll ich mit den ja 150 Tickets klar den nehmen wir uns den gönnen wir uns den Grillplatz meine Lieben den stellen wir nämlich jetzt hier hin wenn der passt wenn der passt ich glaube der ist ziemlich groß ah der passt aber ist der nicht cool direkt hier an in die Nähe von den Affen ja werden die Affen sauer so sehr schön hat wieder 5000 Monedos äh haben wir echt 5000 Flocken bekommen ja cool jetzt können wir äh auch das eine wieder aufleveln ja ja ich weiß ich soll Mitarbeiter ja ich soll die Mitarbeiter einstellen ich weiß ich weiß so wir gießen jetzt hier noch und tun äh wo war das mit dem aufleveln wo so teuer war ich glaube das war hier 6000 ja leveln wir aber auch auf und dann haben wir bald ganz das ist schön der sieht richtig gut aus da gefällt mir der Grillplatz das sieht gut aus ja so langsam nimmt das alles hier Gestalt an so und jetzt muss ich aufhören muss das ganze schneiden und die Premiere fängt jetzt an von einem anderen Let's Play und da will ich bei euch sein also dann ciao 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 Bis zum nächsten Mal.